Guten Tag, hier spricht Ihr Außenkorrespondent live von Merkur. Mein Name ist Bu und wir haben hier Spinnen. Hier Spinnen alle. Ich gebe zurück ins Funkhaus. Jo, hier Funkhaus. Ich kann die Nachricht nur bestätigen. Hier Spinnen auch alle. Da scheint wohl ein allgemeines Problem in unserer Galaxie zu sein. Oha. Je mehr Ender-Lily-Seats wir anscheinend haben, desto schneller verbreiten die sich auch. Also wir haben jetzt statt neun einfach mal elf. Ja, das ist auch gut. Äh, gut. Also, das Style-Ding-Device ist jetzt voll gelaufen. Warte mal, ich kann ja mal den Kladderadatsch hier wieder in die Piste packen. Ne, das brauchen wir ja vielleicht noch. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du stirbst. Ja, genau. Ich gebe dir mal einen leeren Oxygen-Tank. Den kannst du gleich wieder aufladen. Ja, den Dolly brauchen wir ja auch nicht. Das kann ich ja irgendwie nicht... Ich habe echt Angst, dass ich das Ding so kaputt mache, weil der irgendwie so lange dran hackt. Weiß ich auch nicht. Ja. Keine Ahnung. Dann jetzt auch vielleicht... Vielleicht muss ich einfach mal ein bisschen schlau sein und der hat gar keine Abanimation. Ich habe gerade irgendwie die ganze Zeit hier so ein richtig tiefes Brummen. Als würde ich hier gerade sonst was in die Luft gehen. Oder du hier gerade mit einer Rakete landen oder so. Nee, keine Ahnung. Ich höre jetzt nur meine Sterling-Datoren, die zwei Meter neben mir stehen und die Spinne, die auf meinem Haus rumläuft. Ja, hier läuft auch irgendwo eine Spinne rum. So, ich bin hier und ich will nicht zum Merkur, weil da bin ich ja. Ich will ja zum Mond. Und ich warte hier. Dann sage ich Dial Once. Und er sagt hier schon Dial Okay. Hier ist voll, da ist voll, da ist auch voll. Dial to Moon Once. Und ja, Merkur, es war schön mit dir. Start Teleportation. Jo. Äh, komm mal her. Ja. Du hast ja noch dein Frequenzmodul, ne? Äh, siehst du doch. Äh, nein. Komm mit. Alter, ich habe eine Kack-Antenne auf dem Kopf. Ja, ich weiß, aber ich sehe das bei dir nicht. Ah, okay. Komm mit dir hoch. Das bin ich. Alter, wie cool ist das denn? Du musst ein... Dann siehst du jetzt, wo du bist oder was? Nein, das ist, äh, die beiden Bildschirme unten kann man einfach so einstellen. Äh, hier ist eine Telemetrie-Unit. Da musst du einmal rechtsklicken mit dem, äh, mit dem Frequenzmodul drauf machen und dann es dann anziehen. Achso, okay. Äh, so. Und das heißt, ich nehme sie in der Hand, mache hier einmal rechtsklick. So. Äh, äh. Ich glaube, er hat irgendwas... Und jetzt zieh einfach mal an. Äh, first I need to drag an entity with that Frequency-Modul. Ja, ja, und jetzt, äh, zieh mal an. Ja, ich zieh an. Ja. Guck mal, jetzt kann man zum Beispiel sehen, du hast noch Sauerstoff für 2055 Sekunden. Wie cool ist das denn? Ja, habe ich auch ziemlich voll. Das ist nice. Und ich habe diese Kack-Antenne auf dem Kopf. Alter. Das ist unglaublich. Alter, ich habe einen Herzinfarkt. Guck mal, meine Herzrate. Ich habe 200 Beats per Minute. Ich habe nur 60. Warum habe ich verdammt noch mal 200 Schläge pro Minute? Meine Ahnung, aber... Das klingt ungesund. Das ist auch mal ein bisschen... ...irgendwas gefressen? Ich weiß nicht. Also, ich fühle mich jetzt auch nicht so, als würde mein Herz die ganze Zeit so rumpochen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier so eine richtig coole... Ich hätte das bei dir im Normzustand. Ja, wir haben jetzt hier so eine richtig coole Kommando-Basis, würde ich sagen. Ich würde sagen... Ja, das finde ich sehr, sehr geil. Der zählt einfach die ganze Zeit hoch. Was? Guck mal, der zählt nur hoch. BPM? Ja, guck mal, der zählt einfach nur hoch. Aber ich bin doch gerade hier rumgelaufen und deswegen hat er hochgezählt. Ja, guck mal, der zählt aber immer noch hoch. Aber er hat auch nicht hochgezählt. Ja, ich bin auch noch ein bisschen außer Puste. Ah, ja. Nee, ich glaub, der... Alter, 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 mein Herz geht voll ab. Ja? Alter, 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 was ist das? Was ist da los? Scheiß auf Adrenalin, Alter. Junge, Alter, der Bildschirm macht mich ganz kirre. Ich bin gleich auf 180. Da bin ich schon längst drüber. Ja. Alter, mein Herz ist gleich auf Anschlag hier. Ja, ein Glück hast du eine Diamantrüstung, sonst würde es nicht drin bleiben. Gut, willst du die anderen Planeten besuchen und ich mache derweil Quests? Meinst du, dass wir jetzt einfach den Merkur, so als wir haben da ja eine Basis und Gutes? Ja, wir können da hin, wenn wir was brauchen. Ja. Und, äh... Ich kriege meine Rakete zurück, wenn ich... Äh... Wie geht's ja mal mit meinem Landing-Ding drin, ne? Ja, genau. Dann muss ich nämlich, da muss ich mich ja da mal hin, warte mal, da gehe ich ja noch zu... Äh, zum Mars, genau. Dann will ich ja, ich bin hier und ich will zum Mercury. Ich mach jetzt mal Dial once, okay? Also das Ding hat mehr als genug Strom, da kannst du im Prinzip sofort reinlaufen. Äh, ja. Dann... Oh, warte mal, ich hab hier noch Scheiße. Oh, nee, warte mal, das ist ja was anderes. Das ist ja vom... Das ist ja kein... Das ist ja Mars... Äh, Mercury-Zeug. Äh... Ich hör hier schon wieder dieses Brummen vom Raketenstart. Das klingt voll gruselig. Ich hör's hier aber auch gerade Brummen. Das klingt voll gruselig. Ich weiß nicht, was das ist. Aber der Telefoto hat ja funktioniert. Ähm, wir produzieren immer noch... Äh... Oder? Warte... Oh, warte mal, äh, dann sollte ich vielleicht die Lava-Bedrochium-Drum, sollte ich hier wieder abbauen, ne? Ja. Und mitnehmen. Okay. Alter, die ist... Alter, die ist fast wie ein Dragon Ball weggeflogen, ey, nachdem man Wunsch geäußert hat. Ja, aber da fliegt nicht nur einer weg. Ja, ich hatte ja aber auch nur eine Drum. Ah. Ähm, jetzt weiß ich... Jetzt ist hier aber doof, jetzt ist hier Nacht. Ich weiß nicht, wann hier wieder Tag will. Ich geh mal raus, nicht mal. Ja, aber du... Äh... Brauchst ja auch nicht so viel. Ja, aber ich brauch die Rakete. Ja, ja, eben. Du musst ja nur mal schnell hin und die Rakete raus mobsen. Und das war's ja. Nö, renn! Renn, 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 renn. Ich meine, was kann auf dem Merkur schon schnell bis auf dich warten? Also, ich auch nicht. Also, ich hab die Rakete. Renn, 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 renn. Gut, ich kümmere mich dann mal um ein paar Quests, wie ich gerade schon erwähnte. Wunderbar. Wo haben wir denn das Quests? Ich habe eine Rakete. So. Ich bin hier und ich will zum Moon. Ach ja, Going Up in the World. Wir haben ja die eine Quest abgeschlossen. Wir bekommen 32 Bottle of Enchanting, 9 Unstable Ingots, ein Reward Bag und wir können uns noch aussuchen, was für ein Reward Bag wir haben möchten. Okay. Da würde ich doch glatt mal sagen, ich nehme den Rechten. Und irgendwie habe ich ihn gerade anschauen. Wo war denn das? Ach, jetzt hat er es offen. Ich nehme aber den Rechten Reward Bag. Going Up in the World. Ja. Haben wir. Ach, genau. Ja. Du willst den Rechten? Dann sag mir erst mal, was es da gibt. Ja, ich habe aber gerade Leck, deswegen der denn hier irgendwie nicht richtig bleibt. Oh, warte, du hast Unstable Ingots, ne? Ja, aber die sind Stable. Ja, was sind die? Stable. Stable? Ja, wenn man die sich... Die sind doch Unstable. Ja, aber wenn man die spawnt, dann sind die automatisch Stable. Wenn man sich die Dinger so durch Creative gibt, zum Beispiel. Aber ich hätte doch letztens auch nur diese Unstable gekriegt über das Reward Ding, oder nicht? Ja, aber die waren auch Stable. Echt? Ja. Also ist jetzt egal. Gut. Ich kann die mir gerade nicht... Ich kann hier kein Reward nehmen, weil ich habe Leck. Keine Ahnung, was das ist. Ich kann sie nicht nehmen. Ich nehme einfach den linken. Der im Reward. Doch. Die sind Unstable. Die sind in meiner Tasche Unstable. Was passt das? Ja, aber die werden nicht roter. Oder röter. Die würden sonst eigentlich immer röter werden und dann explodieren. Das stimmt natürlich. Aber ich kann die nicht stacken, oder was? Warum kann ich den Reward nicht nehmen? Wir packen irgendeine Kiste. Toll, ich habe zwei Reward Specs. Jetzt weiß ich ja nicht, welcher der war, den ich da unten ausgewählt habe. Ich habe einen Greater und einen Legendary. Wo soll ich den Scheiß denn jetzt hin machen? Ich glaube, der Legendary ist den, den du dir ausgewählt hast. Pack hier eine der Kisten und gut ist. Alter, ich brauche... Ja, hehehe. Ein Ende. Hä? Ich brauche hier viel, viel mehr Platz für die Unstable Dinger. Warum? So, ich packe jetzt mal hier rein. Habe ich hier gerade so einen Leck? Das nervt. Das kann ich dir nicht sagen. Hä? Hm. Alter, nervt das. Ich glaube, ich habe... Du glaubst? So. Das Ding habe ich gemacht. Nee, ich hatte mich... Ich glaube, ich habe Carbon Nanotubes. Und dann habe ich, glaube ich, ein Paul. Paul war doch hier schon... Ein paar Mal da, ja. Ja. Pack ich auch die Carbon Nanotubes. Hat schon irgendeiner dir reingeworfen. Gut. Eins fort. Oder auch nicht. Ich mobbs hier mal zwei Fluid Tanks. Dann muss ich keine craften. Ja. Das ist voll merkwürdig. Mit den Inventaren kann ich alle super interagieren. Nur mit dem Buch? Nö. Das ist ja seltsam. Aber ich futter erst mal was. Und warum haben wir hier oben eigentlich keine Tür drin? Was war denn das? Äh... Aber lächerlich ist das hier. Ach, das Launchpad ist weg. Äh... Das war mit in den Landungs-Ding. Echt? Ernsthaft? Ja. Hä? Was war das? Okay. So. Ja, dann werde ich wohl noch mal rüber... Wir haben noch eins da, macht nichts. Nö. 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 Ja, noch eins? Ja, ja, eins ist noch in der Rocket Science Kiste. Ja, okay, gut. Dann ist ja nicht so tragisch. Nö, ne. Dann kann ich mich erst mal so ein bisschen um Sauerstoff kümmern und, äh... Ja, ah, ich habe ja gar keine zweite Dimension in den Chest jetzt mehr, ne? Äh... Wieso? Wir haben doch erst zwei gesetzt. Ach, dann muss Elektrik-Listie hin. Weil ich würde jetzt ungern vom Merkur abreißen. Oder soll ich die da abreißen und mitnehmen? Äh, wir haben doch noch eine irgendwo. Wir hatten... Du hast doch eine bekommen, ich habe eine bekommen. Und ich habe noch eine gecraftet. Also müssten wir... Ach so, ja. In der Rocket Science Kiste müssen noch eine sein. Oh, das stimmt. Dann tue ich die, der meinst du in den Chest, den der Dimensional Chest, dann kann ich die, da habe ich die drüben, ne? Dann funktioniert das doch, ne? Äh, ja, entweder das oder das Universum löst sich dadurch auf. Hm, das will ich jetzt nicht riskieren. Dann nehme ich sie lieber so mit. Ach so. Wenn das fülle ich gleich noch auf und dann... Ach, ja, was denkst du, oder? Wom renne ich denn so schnell und hab die RR Pig-Ex in der Hand. Oh, warte. So, da. Das ist ja geil. Hast du hier schon mal Steine rausgenommen und stehst nicht direkt davor? Wieso? Pass auf. Das ist, als wenn du Essen bestellst. Ich hätte gerne einen Stein-Cocktail. Oh. Äh, ja. Sehr geil. Und... Ach nee, brauchen wir noch einen Ofen. So, einmal Steine. Oh, Stoff, warum haben wir da One-Soft? Wir brauchen jetzt das Launchpad. Und dann brauchen wir für die Rakete hier... Rakete! Uh, klar. Äh, brauchen wir ja dann auch Fuel wieder. Ja, und ich habe... Äh, ja, Fuel haben wir jetzt wieder genug. Ich habe gerade What is Love abgeschlossen und die Quest danach ist auch schon gleich fertig und die heißt Rocket Fuel. What is Love? Ja, bei What is Love... Ich würde jetzt gerne What... Oh, cool. Bei What is Love bekommen wir hier World Interaction Upgrades. Ich nehme da den Reward Pack. Was wieder nicht geht. Oh, doch, geht. Ja. Hier ging's jetzt. Okay. Und bei der Quest danach Rocket Fuel. Ach, genau. Was ist denn, Sir What? Äh, ich habe da jetzt bei der Quest danach den mittleren genommen und das ist ein Greater. Ja, soll ich den einfach mal so, oder... Ist mir egal. Mach. Ja, war jetzt mal den hier. Mal gucken, was drin ist. Im Greater ist Paul. Im Good ist... Farbe. Ha! Ich habe einen Enderman und eine Kuh. Enderman ist Kuh. Warum liegt hier... Warum hast du hier die Scheiße hingeworfen? Ähm, weil mein Inventarfall ist. Ich packe mal das World Interaction Upgrade und den Liquid Transfer Note mit Indie Dimension Adjust, die kannst du ja unterwegs bestimmt gebrauchen. Paul kommt in die Paul-Kiste. Wo war nochmal die Paul-Kiste? Das war nicht die Paul-Kiste. Da hinten oben. Ja, ja. Hinten oben in der Ecke. So, dann müssten wir ja eigentlich wieder... Dann müssten wir natürlich eigentlich wieder eine Pause machen. Dann müssen wir eine... Ja, dann machen wir doch einfach mal eine Pause und dann... Ja. Nach der Pause ist dann halt die nächste Folge. Ja, und in der nächsten Folge geht es dann zum Venus. Äh, zur Venus. Zum Venus. Ja, genau. Okay. Wir sehen uns im Götterpalast. Tschüss. Tschau. Tschüss.